Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Deutschkurs Interaktiv. Ja, es ist Montag, es ist 21.30 Uhr, mitteleuropäische Zeit und das bedeutet, es ist wieder Zeit für das Quiz. Aber bevor es losgeht, muss ich natürlich Hallo sagen. Und zwar Hallo liebe Zuseher und Zuseherinnen im Fernsehen bei FS1. Hallo liebe Zuseher und Zuseherinnen auf Facebook. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier seid. Hallo Rosa, hallo Marussia und Bodin, hallo Beto, hallo Zeynep, hallo Tekla und Juana und Nata und Makis. Grüß euch. Hallo Anna, schön, dass du zuschaust. Hallo Angel, hallo Aziz und Aaron und Muriel. Hallo, schönen guten Abend. Und Meli, hallo, grüß dich. Und ja, ich kann nur sagen, hallo Deutschlehrerin und Muriel. Ich bin so froh und freue mich so, dass ihr heute hier seid. Hallo, Keshiuya. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Schön, dass ihr auch über Watchpartys mitmacht. Das ist ganz toll. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Worum geht es hier? Hier geht es um Quizfragen und wir werden gleich beginnen. Die erste Frage wird gleich kommen und heute werden wir uns einerseits einen Brief ansehen und andererseits eine private Konversation. Da geht es ums Kino. Ja, genauer genommen, um ins Kino zu gehen. Und was rede ich? Ja, lasst uns gleich mit den Fragen beginnen, denn die erste Frage kommt jetzt. Frage? Huhu. Huhu. Frage. Frage. Die erste Aufgabe kommt jetzt. Ja, also meine Frage an euch ist ja, welche Antwort oder welche Antworten sind korrekt? Der Zähler ist schon gekommen. Seht ihr das? Er ist schon ins Bild gekommen. Und ihr wisst ja, ihr habt immer drei Minuten Zeit, um die Frage zu beantworten. Und die erste Aufgabe ist, sehr geehrte Frau Müller, ich danke Miss, Miss, Miss für D-D-D-D-Schreiben vom 22.07.2020. Der Zähler läuft schon und hier sind die Antwortmöglichkeiten. Was passt in die Lücke? 1a. Ihnen und ihr. 1b. Sie plus ihnen. 1c. Ihnen und ihr. 1d. Sie plus ihr. Hm. Was passt in die Lücke? Heute sind die Themen ein bisschen gemischt, aber wir beginnen mit dem Thema Brief. Ich schaue mal, was ihr getippt habt. Ja, hallo nochmal an alle, die zugeschaltet haben. Ähm, hallo, äh, ähm, Gufran. Ich hoffe, dass Gufran dein Vorname ist. Sonst ist es Halli. Grüß dich. Schön, dass du hier bist. Hallo Luca. Hallo Saku. Hallo Shokri. Und Mira tippt schon auf 1c. Juan auf 1c. Ros, nein, Muriel tippt auf 1c. Rasha tippt auf 1c. Maruf tippt auf 1c. Trisha ebenso. Genauso wie Magda. Magda, bitte schreib auch die Zahl dazu. Man kann auch später zuschalten, beginnt aber trotzdem ganz am Anfang. Und damit es zu keiner Verwechslung kommt, schreib bitte auch die Ziffer dazu. Also 1, 2, 3 und so weiter. Zainab tippt auf 1c. Ebenso wie Nita und, äh, Aiva und, äh, Tomris lädt jemanden ein. Das ist ganz lieb von dir. Danke für die Empfehlung. Oder Toma, ich weiß nicht, was dein Vorname ist. Ich glaube, Tomris ist dein Vorname. Kim tippt auf 1c. Luca tippt auch auf 1c. Nata auf 1c. Aaron tippt auf 1c. Rosa schreibt, hallo, hallo Rosa. Schön, dass du mitmachst. Dann, äh, Hayala tippt auf 1c. Vladislav auf 1c. Ivana tippt auf 1v. Moment mal, v sehe ich da nicht. Aber vielleicht war das ein Tippfehler. Vielleicht meintest du 1c. Maha tippt auf 1c. Und, hm, Janier tippt auf 1c. Deutschlehrerin tippt auf 1c. Und Daisy tippt auf 1c. Meli tippt auf 1c. Beto auf 1c. Angel auf 1c. Und Lika auf 1c. Ist das so einfach? Hm, ich muss mir was Schwierigeres überlegen. Anela tippt auf 1c. Sarah auf 1c. Noah tippt auf 1c. Minela, nein, entschuldige. Minela tippt auf 1c. Hashem tippt auf 1c. Alexandra auf 1c. Markis auf 1c. Benita auch. Sarko ebenso. Iman auch. Und, äh, äh, Sarah tippt auch auf 1c. Anela tippt auch auf 1c. Wanne schreibt, schön, weil ich am 1. August die B1-Prüfung mache. Da kannst du heute viel lernen. Und, die richtige Antwort ist natürlich 1c. Ja, super, ihr habt das toll gemacht. Lobt euch bitte selbst. Nutzt das Herz-Emoji, wenn ihr das richtig hattet. Und teilt es euch selber mit. Das merkt sich das Gehirn am besten. Und wenn ihr das richtig hattet, ja, das tut ja gut. Falls ihr einen Fehler hattet, macht es nichts. Man kann jetzt dazu lernen, ja. Ja, denkt euch nichts. Wir sind hier, um zu lernen. Nächste Frage. Wir schreiben jetzt diesen Brief weiter. Und zwar Leider muss, muss, muss ich Ihnen mitteilen, dass ich bisher noch keine Antwort von Herrn Berger, dem Vermieter, bekommen muss. Ich weiß, ich bin so froh, dass es viele Wörter gibt. Stellt euch vor, Deutsch würde man so sprechen. Das ist schade. Ja, das wäre furchtbar. Also, was passt hier in die Lücken? 2a, möchte und haben. 2b, will plus hatte. 2c, muss plus habe. 2d, soll plus hat. Ein kleiner Tipp. Hier passt nur eine Antwort. Normalerweise sage ich das ja nicht dazu. Manches Mal können ja auch mehrere Antworten passen. Aber hier ist es genau eine. Ich lese es nochmal vor. Leider muss, muss, muss ich Ihnen mitteilen, dass ich bisher noch keine Antwort von Herrn Berger, dem Vermieter, bekommen muss. Muss, 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 muss. Ich sehe schon, ich bekomme sehr viele Antworten von euch. Das ist gut so. Weiter so. Hallo Musa, schön, dass du mitmachst. Uns geht es gut oder mir geht es gut. Danke der Nachfrage. Bitte denk an den Punkt am Ende des Satzes. Sene tippt auf 1b, Elisabetha tippt auf 1b. Achso, das war ja von vorhin noch. Moment, wir sind ja schon bei 2. Mira tippt auf 2c, Kim tippt auf 2a, Viola tippt auf 2c, Muriel tippt auf 2c. Jana tippt auf 2c. Ali tippt auf 2c. Magda auch. Benita ebenso. Nita hat dieselbe Wahl getroffen. Ich hoffe so, dass ich deinen Namen richtig ausspreche. Hayala, spricht man deinen Namen vielleicht so aus, 2a, Sena tippt auf 2c. Und Iva tippt auf 2c, Daniela tippt auf 2a, Minela tippt auf 2c, Melita tippt auf 2c, Melissa auf 2a, Rose auf 2c, Wana auf 2c, Maha tippt auf 2c, Sané tippt auf 2c, Beto auf 2c. Ebenso. Beautiful Tansania tippt auch auf 2c. Maruf meint auch, dass 2c korrekt sei. Markis denkt das ebenso. Und Nata auch. Sarah tippt das auch so. Muriel lacht sich einen Ast ab. Wahrscheinlich, weil ich deinen Namen falsch ausgesprochen habe, stimmt's? Vladislav tippt auf 2c. Catherine tippt auf 2c. Melissa auf 2c. Sarko auch. Lucia tippt auch auf 2c. Ebenso wie Kim und Toma und Lika. Und es tut mir leid, aber ich kann leider diese wunderschönen Buchstaben nicht lesen. Du tippst auf 2c. Hashem tippt auf 2d, Beto tippt auf 2d, Anela tippt auf 2c, Shumaila tippt auf 2c. Hallo, schönen guten Abend zurück. Desi tippt auf 2a. Dann Muriel schreibt, das ist so lustig, wie du es liest. Ja. Ich muss auch immer wieder lachen. Oh, die richtige Antwort ist natürlich Muss plus Habe. Also, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass ich bisher noch keine Antwort von Herrn Berger, dem Vermieter, bekommen habe. Ja, die anderen Antworten ergeben hier keinen Sinn. Deshalb sind sie hier nicht korrekt. Ja. Ich bin schon gespannt, wie der Brief weitergeht. Ihr auch, oder? Ich glaube schon. Frage? Er meinte, dass ich die Antwort innerhalb der nächsten Woche muss, 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 muss. Ja, also, was passt da jetzt rein? 3a, bekomme. 3b, bekäme. 3c, bekommen würde. 3d, bekäme. Das ist jetzt eine gute Frage. Hallo Aschkara, liebe Grüße nach Stuttgart zurück. Gut, Tim antwortet schon, dass ich Miss, 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 Miss bekommen habe. Du kannst gerne statt den Punkt den Miss, Miss, Miss reinschreiben. Schauen wir mal, welche Antworten wir noch bekommen haben. Und zwar, ich schaue mal. Noah tippt auf 3a. Hayala tippt auf 3c. Sarah auf 3c. Viola auf 3c. Mira tippt auch auf 3c. Melissa meint jedoch 3a. Cynthia tippt auch auf A. Aschkara tippt auf 3c. Aaron tippt auf 3a. Maru tippt auf 3b. Jetzt geht es aber schnell. Janir tippt auf 3c. Juana tippt auf 3c. Thomas tippt auf 3c. Oder Thomas. Ich weiß noch nicht, was dein Vorang ist. Nada tippt auf 3b. Anela tippt auf 3c. Jana tippt auf 3c. Catherine tippt auf 3c. Rasha auf 3a. Maruße auf 3a. B und C. Beto tippt auf 3c. Angel tippt auf 3c. Saku auf 3a. Navid meint, dass 3c korrekt sei. Manu tippt auf 3a. Jumaila tippt auf 3a. Daisy meint jedoch, dass 3c korrekt sei. Deutschlehrerin tippt auf 3c. Hase meint 3c. Dann kommt nochmal in diesen wunderschönen Buchstaben mein Name. Es tut mir so leid, ich kann ihn nicht lesen. Du tippst auf 3c. Hasina tippt auf 3a. Abdaoui. Entschuldige, falls ich deinen Namen falsch gelesen habe. Tippt auf 3c. Oder Moes. Ist Moes dein Vorname? Anna tippt auf 3c. Zainab auf 3a. Marius Muriel auf 3c und 3b. Oder 3c bis 3b hast du geschrieben. Ich glaube du meintest uns. Nita meint 3c. Benita tippt auf 3b und c. Dann Banasita tippt auf 3c. Maxim meint 3d. Ali tippt auf 3c. Ionella tippt auf 3b. Lika auf 3c. Hani auf 3c. Musa auf 3c. Trisha tippt auf 3c. Iman auf 3a und c. Melissa auf 3c. Noah auf 3c und b. Daniela auf 3c. Maki ist auf 3a. Abdullu. Es tut mir so leid. Ich darf nicht versuchen die Namen alle so schnell zu sprechen. Abdaoui oder Moes. Ich weiß nicht was dein Vorname ist. Moes ist dein Vorname. Meinst du das mit ja? Okay. Dann Moes tippt auf ja. Oder schreibt ja. Minella tippt auf 3c. Vladislav auf 3c. Alexandra auf 3c. Shumaila tippt auf a, b und c. Sugar auf 3c und b. Iman tippt auf 3c. Gutschirm auf 3b und 3c. Und jetzt darf ich einen Schluck trinken. Goralya tippt auf 3c. Und Ascara meint Q. Und die richtige Antwort ist Bekommen Würde. Wir müssen hier den Konjunktiv 1 ersetzen. Und zwar mit Hilfe der Ersatzform. Bekommen Würde. Bekomme wäre Konjunktiv 1, aber ich bekomme ist auch der sogenannte Indikativ. Und wenn der Indikativ mit dem Konjunktiv 1 übereinstimmt, dann müssen wir ersetzen. Ihr könnt euch erinnern, oder? Ja, sie hat eine Meinung zitiert und da brauchen wir dann den Konjunktiv 1. Aber jetzt geht's weiter. Ja, was passt da in die Lücke? Ein kleiner Tipp. Wenn das Quiz vorbei ist, solltet ihr euch unbedingt diese Phrasen aufschreiben. Ihr könnt diese bei vielen Briefen verwenden. Es sind auch Fülltexte dabei. Also wenn ihr mal so 120 Wörter für einen Brief braucht, ja, dann könnt ihr hier die eine oder andere Phrase gut gebrauchen. Ja, ich bekomme Antworten, aber trotzdem lese ich es nochmal vor. Ich muss, muss, muss Ihnen schon bald Ihre Frage beantworten zu können. Jetzt geht es weiter. Und zwar, Ashrara schreibt, ja, genau, so ist es richtig. Ja, Abdui, nein, Moes meint auch, boah, ja, cool, super. Ich bin stolz auf euch, wenn ihr diese Dinge wisst. Zeigt es auch mit dem Herz-Emoji. Ja, ihr zeigt es nicht nur mir, sondern auch euch selbst. Unser Gehirn lässt sich ein bisschen programmieren. Und wenn wir dem Gehirn mit dem Herz-Emoji zeigen, dass wir das richtig hatten, dann merkt sich das das Gehirn lieber. Ja, wer freut sich nicht über Herzen? Aber gut, zurück. Was habt ihr getippt? Aron meint 4a. Viola tippt auf 4b. Benita auf 4b. Nita tippt auf 4b. Nur meint C. Nein, Minella meint 4b. Nata tippt auf 4b. Ali auf 4b. Navid meint 4c. Sintia tippt auf A. Adriana meint jedoch B. Und Angela tippt auf 4a. Mira auf 4b. Aschara tippt auf 4a. Marusia meint 4a und 4b. Hasinia tippt auf 4b. Rita meint jedoch 4a. Ebenso wie Maruf. Aber Aschara schreibt dann doch 4b. Musa tippt auf 4a. Janir tippt auf 4a. Shogri auf 4a. Noha meint 4a. Und Beto tippt auf 4b. Karalia meint jedoch 4b. Ebenso wie Nur und Toma und Juana meint aber 4b. Carmen tippt auf 4c. Raja auf 4a. Vladislav auf 4a. Schalchow, ich hoffe ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Tippt auf 4a. Iman tippt auf 4b. Marquis tippt auf 4a. Angel auf 4a. Sarah jedoch auf 4c. Jana meint 4b. Jana meint 4b sei korrekt. Und Ome tippt auf 4a. Lika auf 4b. Musa auf 4a. Manu meint 4b sei korrekt. Und Season, ich hoffe, dass ich deinen Namen richtig ausspreche, tippt auf 4a. Maxima auf 4c. Oksana auf 4b. Iman auf 4b. Und die richtige Antwort ist, ich hoffe sehr. Ich hoffe sehr, Ihnen schon bald Ihre Frage beantworten zu können. Ich bemühe mich, Ihnen schon bald Ihre Frage beantworten zu können. Wäre grammatikalisch zwar passend, aber bemüht man sich? Nein. Sondern man wartet auf eine Antwort. Und deshalb hofft man. Versichert ist man, wenn man eine Versicherung hat. Und beglaubige mich ist Blödsinn. Jetzt geht es um die sogenannte Grußformel. Somit verbleibe ich Gerda Biersteiner. Ja, da war ich beim Namen wieder sehr kreativ. Somit verbleibe ich Gerda Biersteiner. Was ist hier angemessen? Ja, ihr habt wieder ungefähr 3 Minuten Zeit. Die Zeit läuft schon wieder. Ihr seht das. Und denkt daran, wenn ihr etwas richtig hattet, dann drückt das Herz-Emoji, um euch selber zu zeigen, dass ihr es richtig hattet. Ihr wisst ja, hier ist eine Scheibe. Ich kann euch nicht streicheln. Ja, aber ich würde das gerne, aber das geht nicht, da ist eine Scheibe. Deshalb müsst ihr euch selber loben. Das ist ganz wichtig. Also, somit verbleibe ich Gerda Biersteiner. Ja, was passt in die Lücke? Ich schaue mal, was ihr schon so getippt habt. Und zwar Kiel meint, hallo Johannesburg Longtime, been busy lately. 4a. Bitte versuche es in der deutschen Sprache zu schreiben. Hallo Diana, grüß dich. Mach gleich mit. Ja, hier geht es weiter. Oksana tippt auf 5B. Victoria tippt auf 5B. Morel auf 5B. Juana auf 5B. Oksana tippt auf B. Daisy tippt auf 5B. Janine tippt auf 5B. Und C. Iman auf 5B. Sarah tippt auf 5D. Jana auf 5B. Fatima tippt auf 5B. Aaron tippt auf 5B. Toba tippt auf 5B. Pavelko. Nein, Lesia, glaube ich, ist dein Vorname. Oder doch, Pavelko. Ich bin mir nicht sicher, du tippst auf B. Banasita tippt auf 5B. Angel auf 5B. Musa auf 5A. Navid auf 5B. Sharchu tippt auf 5B. Oksana tippt auf 5B. Maxim auf 5B. Dann Stogite. Ich hoffe, dass ich deinen Namen richtig ausgesprochen habe. Oder Ugna. Ugna. Ich weiß nicht, was dein Vorname ist. Vielleicht schreibst du es mir in die Kommentare. 5B. Benita tippt auf 5A und B. Carmen tippt auf 5B. Noah auf B. Hashem meint 5B. Sei korrekt. Und Bo tippt auf 5B. Gabi tippt auf 5B. Ebenso wie Lika. Zacharia tippt allerdings auf 5B. Und C. Tiana tippt auf 5A und B. Beta auf 5C. Marussia auf 5B. Catherine auf 5B. Maha tippt auf 5B. Maha tippt auf 5B. Zainab auf 5B. Sarah auf 5B. Aschara auf 5B. Aschara auf 5B. Nata auf 5B. Ohm auf 5B. Und Hasinia auf 5A und B sind beide richtig. Oder? Darüber werden wir gleich sprechen. Die Zeit läuft ja gleich ab. Anna tippt auf 5B. Hanni auf 5B. Mach mal auf 5B auf 5B und C sind jedoch gleich. Oder? Lasst uns darüber sprechen. Die richtige Antwort, die angemessenste Antwort ist mit freundlichen Grüßen. Liebe Grüße ist zu informell. Hochachtungsvoll. Das schreibt man, wenn man an ein Amt schreibt. Ja, also nicht an Geschäftspartner, sondern wenn man an ein Amt schreibt. Hochachtungsvoll. Könnte unter Privatleuten wie Leck mich am Arsch aufgefasst werden. Und herzlichen Glückwunsch. Passt hier gar nicht. Ja, wir hatten ja einen Brief mit Kontext. Eine neue Unterhaltung. Jetzt unterhalten sich zwei Freunde. Sag mal, Miss, 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 du schon von dem neuen Film Miss, Miss, Miss Kate Winslet gehört? Ich wiederhole. Sag mal, Miss, Miss, du schon von dem neuen Film Miss Kate Winslet gehört? Hm, was passt da in die Lücken? 6a. Hast plus mit. 6b. Habt plus von. 6c. Hast plus von. 6d. Habt plus mit. Was passt da in die Lücke? Sag mal, niss, 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 du schon von dem neuen Film Miss, Miss Kate Winslet gehört? Jetzt bekomme ich die Antworten. Hallo, Ivi. Oder Luca. Nein, Ivi ist dein Vorname. Oder? Hallo, Ivi. Grüß dich. Ich winke zurück. Navi tippt auf 6a. Victoria tippt auf 6a. Oxan auf 6c. Alex schreibt, hallo, guten Abend alle zusammen. Hallo, schönen guten Abend an dich zurück. Aschara tippt auf 6a. Ach, Alex, mach gleich mit. Hier ist die Aufgabe. Was passt in die Lücke? Hier hast du die Antwortmöglichkeiten. Ja, und mach gleich mit. Gib dir einen Tipp ab. Dann, äh, Wana tippt auf 6a. Bo auf 6d. Sara auf 6c. Viola auf 6c. Muriel tippt auf 6c. Gutem auf 6c. Und, äh, Daisy auf 6a. Pavelko tippt auf c. Und Marie, danke, dass du es mir dazu schreibst. Marie tippt auf 6a. Minella tippt auf 6a. Adriana tippt auf c. Bitte schreib auch die Zahl dazu. Das ist ganz wichtig. Marcus tippt auf 6c. Wladyslaw tippt auf 6a. Marianna auf 6a. Ebenso wie, ähm, Schachlo und Maxim. Beto meint allerdings, dass 6c korrekt sei. Zainab tippt auf 6c. Tiana tippt auf 6a. Nata auf 6a. Evi auf 6a. Susan tippt auf 6c. Rita tippt auch auf 6c. Alina, hallo, schönen guten Abend. Mach gleich mit. Kiel tippt auf 6a. Oder Mishal. Entschuldige, ich weiß nicht, was dein Vorname ist. Ich glaube, Mishal ist dein Vorname. Kann das sein? Oder Mishal? Mishal? Bitte sei mir nicht böse, wenn ich deinen Namen falsch ausspreche. Joima tippt auf 6a. Shumaila tippt auf 6c. Ivano auf 6a. Maha tippt auf 6c. Oksana tippt auf 6a. Um auch. Und Bodin meint, hm, oder 6c. Hm. Gute Frage. Sargete tippt auf 6a. Angel auf 6a. Ivano tippt auch auf 6a. Manu meint 6c. Sei korrekt. Dann, hm. Ich glaube, Adhana ist dein Vorname. Du tippst auf 6a. Alex tippt auf 6c. Bitte schreib die Zahl dazu. Das ist ganz wichtig. Äh, genau, Oksana. 6a schreibst du jetzt dazu. Warname, 6a und c. Und die richtige Antwort ist 6a. Sag mal, hast du schon von dem neuen Film mit Kate Winslet gehört? Von ist der Produzent, also Producer. Wer hat es produziert? Der Film ist von diesem oder jenen Produzenten oder von diesem oder jenen, äh, jenem Regisseur. Ja, Director auf Englisch. Und, ja, mit ist hier richtig. Jetzt sagt die andere Person, ist das nicht die Schauspielerin, miss, 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 miss Leonardo DiCaprio in Titanic mitgespielt hat? Ich wiederhole. Jetzt sagt die andere Person, ist das nicht die Schauspielerin, also er meint natürlich Kate Winslet, ja. Ist das nicht die Schauspielerin, miss, 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 miss Leonardo DiCaprio in Titanic mitgespielt hat? Und, was passt in die Lücke, 7a, die plus welcher, 7b, welche plus neben, 7c, die plus neben, 7d, welcher plus die? Hm, falls ihr das jetzt richtig habt, ja, müsst ihr euch sehr stark loben. Falls ja ein Fehler passiert, macht das nichts, bleibt dran und lernt dazu. Das ist das Wichtige. Wer abschaltet, kann ja nicht dazulernen. Schauen wir mal, welche Antwort ich schon bekommen habe. Ashrara schreibt, ich glaube, dass 6c richtig ist. Ja, es war eine andere Antwort, aber das macht nichts, wir können dazulernen. Hm, denkt sich Budin. Luna winkt. Hallo, Luna, ich winke zurück. Kiel hat sich nochmal gedacht, ja, ich, ähm, Michal ist mein Name. Okay, dann weiß ich das, Dankeschön. Dann, äh, jetzt geht es weiter mit der Ziffer 7, und zwar, Wana tippt auf 7c, Serena tippt auf 7c, Daisy tippt auf 7c, Smart Girl tippt auf 7c, Kim meint, sie sei korrekt, Gutem denkt dasselbe. Alex meint, ich habe es falsch gemacht. Ja, das kann passieren, wir können dazulernen. Umdenkt 7c sei korrekt. Marussia tippt auf 7c, Marie tippt auf d und b, Nuah tippt auf c, Luna tippt auf 7c, Adhana tippt auf 7c, Michal tippt auf 7c, Lika auf d, Diana tippt auf 7c, Evi tippt auf 7c, denke ich, Hacem tippt auf 7a, Maha tippt auf 7c, Ivana tippt auf 7c, Nata tippt auch auf 7c, ebenso wie Wladislaw Anna. Dann, äh, Schaifuela schreibt, Hallo, Hallo Schaifuela, mach gleich mit, was passt in die Lücken, hier hast du die Antwortmöglichkeiten. Dann, Oxana tippt auf 7c, Lika tippt auf 7c, Victoria tippt auf 7c, Carmen meint 7c sei korrekt, Sorge C tippt auch auf 7c, Johanna meint, ich denke 7c ist richtig, Schumailer tippt auf 7c, Bri auch, Ivano auch, Jana tippt dasselbe, Marquis auch, Ivano tippt auch auf 7c, Maxim meint allerdings, naja, 7b könnte richtig sein. Dann, Geram tippt auf 7c, Johanna schreibt, Denke, also Johanna korrigiert, Sesen meint, dass 7c korrekt sei, ebenso wie Budin, Gaha oder Eldep, Eldep, ich weiß nicht, wie man deinen Namen richtig ausspricht, bitte sei mir nicht böse, aber diese beiden Antworten sind korrekt, 7b und 7c, man kann sagen, ist das nicht die Schauspielerin, welche neben Leonardo Di Cabrio in Titanic mitgespielt hat, oder man kann sagen, ist das nicht die Schauspielerin, die neben Leonardo Di Cabrio in Titanic mitgespielt hat, ja, falls ihr zu diesem Thema Fragen habt, hinterlasst sie mir in den Kommentaren, ich denke, das ist das Beste, jetzt sagt die erste Person wieder, nein, miss 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 kenne ich noch nicht, wie heißt miss 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 film, was passt hier in die Lücke, 8a, diese plus das, 8b, diesen plus der, 8c, den plus die, 8d, dem plus der, ich lese es nochmal vor, nein, miss 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 kenne ich noch nicht, wie heißt miss miss film, das ist wieder einfacher, das geht einfacher, ich weiß das, ja, das ist einfacher als das mit dem welche und dieser und so, nein, hier ist ja auch wieder diese, dieser, diesen und so weiter, hm, den Film, welchen Film, das war vorher die Frage, Ivano fragt, warum welchel, nein, welchen meintest du, oder, den Film, welchen ich gesehen habe, oder, wie war das vorhin, ach, schauen wir das in der Wiederholung nochmal an, ja, was haben wir jetzt verantworten, und zwar, Marussia tippt auf 8b, Budin tippt auf 8a, Juan auf 8b, Serena tippt auf 8b, Smartgirl auf 8c, Alex tippt, schreibt, hallo, guten Abend, schönen guten Abend, dann, mach gleich mit, Benita tippt auf 8b, Naure Moll tippt auf 8b, Rasch auf 8b, Marie tippt auf 8a, dann, äh, Jafil tippt auf 8b, oder, Taman, ich weiß nicht, was dein Vorname ist, bitte sei mir nicht böse, falls ich deinen Namen falsch ausspreche, äh, Eldib, äh, oder, Gaha, äh, nein, Haga, entschuldige, bitte, falls ich deinen Namen falsch spreche, tippt auf 8b, Oksana tippt auf b, äh, auch für dich gilt, Oksana, bitte schreib die Zahl dazu, du könntest ja auch eine Wiederholung schauen, und, äh, dann wissen wir nicht, auf welchen Fall, wenn du das Frage, welche Frage du geantwortet hast, Tiana tippt auf 8b, Amba tippt auf 8b, äh, Taman meint sicher 8b, Prinzessin Cindy ist selber Meinung, oder der selber Meinung, Jumaila, äh, tippt auf 8b, Arsenja tippt auf 8b, Anna tippt auf 8b, Oksana tippt auf 8b, Maxim auf 8b, Luna auch, ebenso Alex, dann, äh, Adana tippt auf 8a, ähm, Safiola, vielleicht ist Sadat dein Vorname, ich bin mir nicht sicher, bitte sei mir nicht böse, tippt auf 8b, Sarah tippt auf 8b, Ashrara tippt auf 8a und 8b, äh, Michal tippt auf 8b, äh, Banasita tippt auf 8b, Masri tippt auf 8b, Mariana ebenso, äh, Wali auch, Und Ivano meint, ja, 8b oder 8d, hm, Muriel meint, dass 8b korrekt sei, Maha tippt auf 8b, nur auf b, Luca oder Ewi, ich weiß nicht, was der Vorname ist, tippt auf 8b und Tomris tippt auf 8b, Achmat auch, Oksana schreibt ok, und die richtige Antwort ist 8b, nein, diesen Film, man kann auch sagen, nein, den Film, kenne ich noch nicht, aber jetzt kommt's, wie heißt der Film? Wer oder was? Der Film, ja, deshalb ist 8c nicht korrekt und 8d auch nicht und natürlich 8a auch nicht, ja, das ist Grammatik. Ja, jetzt sagt der andere Freund wieder, ich weiß Miss Miss nicht mehr, wie der Film heißt, er muss, muss aber fantastisch sein, Petra ist jedenfalls total begeistert. Was passt in die Lücken? 8a, es plus mag, 8b, leider plus soll, 8c, schade plus kann, 8d, sowieso plus möchte. Jetzt seid ihr dran, was passt in die Lücke, sagt es mir? Ja, super Alex, toll, gut, dass du es geschafft hast, sehr gut, jetzt geht's weiter mit 8 und ich hab schon so viele Antworten bekommen, ähm, es sei denn, ich hab wieder zweimal dieselbe Zahl benutzt, ich muss mal nachsehen, ja, es tut mir leid, ich hab zweimal dieselbe Zahl verwendet, wir sind nochmal bei 8, ja, hm, was ist jetzt hier richtig? Ähm, ja, ich denk mal, es geht hier weiter, Viola tippt auf 8b, Sanela tippt auf 8b, Aschara tippt auf 8b, Angel tippt auf 8b, Wana auf 8a, Marussia meint 8b, Irina tippt auf b, Luna tippt auf 8a, Mariana tippt auf 8a, Maxim auf 8b, Aschara tippt jetzt auf 8b, ähm, Jumaila tippt auf 8b, Hasenia tippt auf 8bbbb, Sarah tippt auf 8c oder b, Rasha meint, dass 8b korrekt sei, Ivano meint 8, ja, ich hab's gerade bemerkt, ich hab zweimal 8 verwendet. Ja gut, dann gibt es heute eine Bonusfrage mehr. Hm, dann, äh, nur tippt auf 8b, Mariana meint 8b, Hasan meint 8b, Tiana tippt auf 8a und 8b, Bo tippt auf 8a, Evi oder Luca, ich weiß nicht, was dein Vorname ist, tippt auf 8b, Irina tippt auf b, Hm, Carla tippt auf 8b, Catherine tippt auf 8b, Ivano tippt auf 8b, Wana tippt auf 8b, Ivano tippt auf 8b, Varit tippt auf 8b, Kohl tippt auf 8b, Joima tippt auf 8a, Vladislav auf 8b und Carmen auf 8b, hm, oder auch auf 8b. Tja, was da wohl richtig ist, wir haben noch 34 Sekunden Zeit, Saar tippt auf 8c, äh, Michal tippt auf 8a, Manu tippt auf 8b, Masri oder Anna, vielleicht ist Anna dein Vorname, tippt auf 8b, Ivano schreibt nochmal 8b und Angelika tippt auf 8b. Äh, dann, oh, ich weiß nicht, ob Passa dein Familienname ist oder Nadjebula. Schönen guten Abend an dich auch zurück, mach bei der nächsten Frage mit. Hier ist die richtige Antwort, leider und soll. 8b, ja, das hatten sehr viele richtig. Hallöchen Angelika, grüß dich. Also, ich weiß leider nicht mehr, wie der Film heißt. Er soll aber fantastisch sein. Petra ist jedenfalls total begeistert. Ja, jetzt ist die Frage, wie geht das Gespräch weiter? Wir werden es in wenigen Augenblicken erfahren mit der nächsten Aufgabe. Ja, jetzt sagt der Andere wieder. Gut, muss, muss, muss Petra von dem Film begeistert ist, dann muss er gut sein. Ich muss, muss, dass sie den besten Filmgeschmack von allen hat. Ich wiederhole. Gut, muss, muss, muss Petra von dem Film begeistert ist, dann muss er gut sein. Ich muss, muss, dass sie den besten Filmgeschmack von allen hat. Ja, was passt in die Lücke? Jetzt habe ich weitergezählt, wir sind jetzt bei 9. Also, was passt da rein? 9a, wenn plus denke. 9b, wann plus glaube. 9c, als plus meine. 9d, weil plus weiß. Hm, ja, das ist jetzt sehr unterschiedlich. Diese Antwortmöglichkeiten sind ja völlig anders. Ja, also was passt hier in die Lücke? Hm, da bin ich jetzt gespannt. Gut, muss, muss, muss Petra von dem Film begeistert ist, dann muss er gut sein. Ich muss, 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 dass sie den besten Filmgeschmack von allen hat. Und, ja, jetzt kommen schon viele Antworten. Und zwar, Murel tippt auf 8a. Dann, Marie, glaube ich, warst du, oder? Habe ich mir deinen Namen richtig gemerkt? Marie tippt auf 9a. Sa tippt auf Joho. Nein, Joho ist vielleicht dein Name. Hallo Joho auf 9a. Viola tippt auf 9a. Der Mann meint 9c sicher. Oder ist da fehlt dein Vorname? Ich bin mir nicht sicher. Bitte schreibe es mir in die Kommentare. Serena tippt auf 9a und 9d. Jana auf 9a. Minella tippt auf 9s. Wir haben hier a, b, c und d. Aber vielleicht ist ein Tippfehler passiert. Hm, ähm, wo war jetzt 9s? Weil da geht es weiter hier. Marucia tippt auf 9a. Äh, Seiko tippt auf 9a. Oder Rifat. Ich weiß nicht, was dein Vorname ist. Schreibe es mir bitte in die Kommentare. Irina tippt auf A. Angelika tippt auf 9a. Irina nochmal auf A. Smartgirl auf 9a. Und die Wana auf 9a. Roxane tippt auf 9a. Wenn, denke, tippt jemand, ähm, dessen Name in arabischen Buchstaben geschrieben steht. Es tut mir leid, ich kann keine arabischen Buchstaben lesen. Sei bitte so lieb und schreib mir deinen Namen in lateinischen Buchstaben dazu. Du tippst auf jeden Fall auf 9a. Gabriela tippt auf 9b. Oxana tippt auf 9a. Benita auf 9d. Angel auf 9a und die. Maha auf 9a. Wana auf 9a. Ursula tippt auf 9d. Linda auf 9c. Anna auf 9a und die. Irina auf A. Dukana tippt auf 9a. Marianne tippt auf 9a und 9b. Nurkan auf 9a. Alex auf 9d. Oxana auf 9a. Sarah auf 9b. Nur auf A und B. Ashrara tippt auf 9a und D. Carla auf 9a. Ivano tippt auf 99c. Joima schreibt, ich denke, nein, A ist richtig. Amar tippt auf 9a. Cole auf 9b. Carmen auf 9d. Und Damam schreibt, Damam ist mein Vorname. Danke für die Info. Und hier ist gleich die richtige Antwort. Also gut, wenn Petra von diesem Film begeistert ist, dann muss er gut sein. Ich denke, dass sie den besten Filmgeschmack von allen hat. Ja, wunderbar. Wenn man solche Freunde hat, dann sieht man immer gute Filme. Aber ich denke, wir haben alle solche Freunde in unserem Freundeskreis. Nicht wahr? Schon, oder? Ja, ja. Jetzt sagt der andere Freund wieder, komm, muss, 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 wir sie gemeinsam an. Vielleicht hat sie Lust, mit muss, muss, muss gemeinsam ins Kino zu gehen. Ich wiederhole. Komm, muss, 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 wir sie gemeinsam an. Vielleicht hat sie Lust, mit muss, muss, muss gemeinsam ins Kino zu gehen. Was passt in die Lücken? Ja, das ist einer meiner Lieblingssätze. Also, lasst uns Freunde anrufen. Wer jetzt gut aufgepasst hat, kann diese Frage besser beantworten. So, schauen wir mal. Danke für die Blumen. Kommt mal, ganz lieb von dir. Hm, Serena tippt auf 10b, Marianna tippt auf 10b, Viola auf 10b, Marie tippt auf 10b, Muriel auf 10b, dann Wanda tippt auf 10n. N, hier ist A, B, C und D, da ist ein Tippfehler passiert. Vielleicht möchtest du das nochmal überlegen oder vielleicht denkst du dir, ich habe keine Ahnung. Könnte ja auch sein, wer weiß das schon so genau. Bitte schreib es nochmal in die Kommentare. Melissa tippt auf 10b, Angel tippt auf 10b, Benita auch. Ebenso, Wana, dann Irina und nochmal Wana und Refat und Minella und Oksana und Nur und Hasinia tippt aber allerdings auf 10b. Nein, du tippst auch auf 10b. Diana tippt auf 10b, Luibov tippt auf 10b, Gabriela tippt auf 10d. Marussia meint, dass 10b korrekt sei. Du hattest Jaren tippt auf 10b, Nelly tippt auf 10b, Carmen tippt auf 10b, Joama tippt auf 10b und es gibt tolle Emojis dazu. Vladislav tippt auf 10b, Goha schreibt, guten Abend an alle. Hallo Goha, schön, dass du hier bist, mach gleich mit uns mit. Und Rasha tippt auf 10b, Irina tippt auf 10b, Muriel schreibt, genau, lassen uns nicht verraten. Wenn ich etwas verrate, dann dürfen wir das nicht verraten, ja, aber wir können viele, viele, viele lachende Emojis schicken, ja, das geht schon, aber pssst, 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 nicht verraten. Dann Budin tippt auf 10b, Toma tippt auf 10b, Goha tippt auf 10b, Maha tippt auch auf 10b. Na komisch, ha, alle tippen jetzt auf 10b. Nurkan tippt auf 10b, Es tippt auf 10b, Jumaila tippt auf 10b. Ja, du hast sowas von recht, dieses Mas, Mas, Mas ist korrekt, unfehlerfrei. Anja tippt auf 10b, Ivano tippt auf 10b, SS tippt auf 10b, Gerhard, schau zu, hallo, mach gleich mit. Alex tippt auf 10d, Schuischmann schreibt, hallo, 10b. Und natürlich ist die richtige Antwort 10b. Komm, rufen wir sie gemeinsam an. Vielleicht hat sie Lust, mit uns gemeinsam ins Kino zu gehen. Ja, diese Sätze sind toll für Unterhaltungen. Ihr solltet euch später die Wiederholung nochmal ansehen, zu den Sätzen vorspulen und diese dann richtig aufschreiben. Aber macht es erst nachher, wenn das Quiz vorbei ist und habt ihr mehr davon. Also mehr Sätze. Jetzt sagt der andere Freund, oh ja, das ist eine tolle Idee. Du rufst Mas, Mas, Mas an und Mas, 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 bezahle später die Karten. Das, was ich jetzt denke, darf ich nicht sagen, weil sonst wisst ihr wieder die Antwort. Ich sag's dann nachher. Aber ich lese es nochmal vor. Oh ja, das ist eine tolle Idee. Du rufst Mas, Mas, Mas an und Mas, 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 bezahle später die Karten. Was passt hier? 11a, sie plus er. 11b, sie plus ich. 11c, ihnen plus wir. 11d, mich plus sie. Hm, was passt hier? Ich bin schon sehr gespannt. Was passt hier? Was passt hier? Also, hier gibt es schon einige Antworten. Danke für die Emojis. Das ist so lieb von euch. Und, ähm, Catherine, winke. Ich winke zurück. Thomas, hallo. Ich winke auch zurück. Und Rasha natürlich auch. Catherine, lass dich auch umarmen. Aber jetzt zurück. Manu tippt auf 11d. Serena tippt auf 11b. Mariana tippt auf 11b. Dann, Desi tippt auf 11b. Irina auf D. Tomis tippt auf 11b. Benita auf 11b. Oh. Kaur. Ich glaube, Kaur ist dein Vorname. Tippt auf 11d. Oder Gurpütz. Moment. Prä, prä. Moment. Es tut mir so leid. Ich kann deinen Namen nicht aussprechen. Nicht richtig aussprechen. Du tippst auf 11d. Angel tippt auf 11b. Rafat tippt auf 11d. Gutschem tippt auf 11d. Dann, Beto tippt auf 11c. Catherine tippt auf 11b. Anna tippt auf 11b. Und ich glaube, Gutschem spreche ich auch immer falsch aus. Bitte sei mir nicht böse. Anna tippt auf 11b. Rasha tippt auf 11b. Dea tippt auf 11b. Anna tippt auf 11b. Und C. Hasinia tippt auf 11b. Oksana auf 11b. Wana auf 11b. Catherine schickt nochmal Schmetterlinge. Oh, das ist süß. Louis Bob tippt auf 11b. Theron tippt auf 11b. Jana auch. Jumalia auch. Ebenso Deutschlehrerin. Tamam, Welle, Welle. Irina und Ivano. Carla tippt auf 11d. Oder B. Und ist sich nicht ganz sicher. Anna tippt auf B. Und D. Noah tippt auf B. Gabi tippt auf 11b. Oder Gabriela tippt auf 11b. Murel, ein paar Herzchen an dich zurück. Nurkan tippt auf 11b. Joama tippt auf 11b. Und 11c. Oh, das ist jemand, der tanzt. Das ist auch schön. Tiana tippt auf 11d. Saim tippt auf 11b. Und Hanni tippt auf 11b. Bri auf 11b. Saxide tippt auch auf 11b. Ebenso wie Budin. Nein, Budin tippt auf 11c. Guha schreibt, ich bezahle. Und die richtige Antwort ist ganz genau. Oh ja, das ist eine tolle Idee. Du rufst sie an und ich bezahle später die Karten. Ja, das sind tolle Freunde. Die können auch gerne bei mir vorbeikommen. Die, die mich dann ins Kino einladen und dann auch die Karten bezahlen. Ja, das ist toll. Wo sind die Leute? Wo seid ihr? Huhu. Jetzt sagt die andere Person. Willst du damit sagen, dass man, was, 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 was einlädst? Danke, das ist sehr lieb von, was, 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 was. Ich wiederhole. Willst du damit sagen, dass man, was, 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 was einlädst? Danke, das ist sehr lieb von, was, 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 was. Ivano, du darfst alles fragen. Im schlimmsten Fall bekommst du erst am Ende des Streams eine Antwort oder morgen im Laufe des Tages. Ja, aber du darfst alles fragen. Also, schauen wir mal, 12a, es geht weiter mit vielen Kommentaren. Ja, 12b, ja, also ich habe noch keine Antworten von euch. Ja, jetzt, Welle, Welle, 12b, jetzt geht's los, super. Viola tippt auf 12b, Angel auf 12b, Marie tippt auf 12b, Melissa tippt auch auf 12b, Juana tippt auf 12b, Mariana tippt auf 12d, Raja tippt auf 12b, Benita tippt auf 12b. Hm, jetzt habe ich die Zeile verloren. Ah, hier geht's weiter. Iman tippt auf 12b, Irina tippt auf c, Irina, bitte schreib auch die Ziffer dazu, also diese Zahl, damit wir das richtig zuordnen können. Beto tippt auf 12b, Marie tippt auf 12b, Oksana tippt auf 12b, Luibov tippt auf 12b, Tomris tippt auf 12b, Linda auf 12b, Haseem tippt auch auf 12b, Minella tippt auf 12b, Haseinia tippt auf 12b, das ist schon Tradition, Tamam tippt auf 13d, Carmen tippt auf 12b, Tamam, ich glaube hier ist ein Tippfehler passiert, oder du kannst ihn in die Zukunft sehen. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ivano tippt auf 12b, Anna tippt auf b, Tamam tippt auf 12d, Saat schreibt, 12b ist die richtige Antwort, Punkt. Dann, Hohamudin, oder Safi, glaube ich, ist dann vor allem tippt auf 12d, Alex tippt auf 12c, Vladislav tippt auf 12b, Jumaila tippt auf 12b, Habib tippt auf 12b, Wunli tippt auf 12d, Minella tippt auf 12b, nein, Wunli tippt auf 12b, und Minella tippt auch auf 12b, sowas. Johama tippt auf 12b, Saxiti tippt auf 12b, Tugana tippt auf 12b, Ivano, jetzt trinke ich aber trotzdem einen Schluck Kaffee, so. Diana tippt auf 12d, Amber tippt auf 12b, Gabriella tippt auf 12b, jetzt gibt es einen Namen in kyrillischen Buchstaben, es tut mir leid, die kyrillischen Buchstaben kann ich noch nicht lesen, du tippst auf b, wenn du deinen Vornamen hören möchtest, dann sag bitte, oder schreibe ihn bitte in lateinischen Buchstaben dazu, Abdaoui tippt auf 12b, und die richtige Antwort ist 12b. Willst du damit sagen, dass du uns einlädst? Danke, das ist sehr lieb von dir. Ja, diesen Satz würde ich auch sehr gerne und sehr oft sagen, ja, sehr gerne sehr oft sagen, also wer mich ins Kino einladen will, ihr müsst nicht mitgehen, es reicht völlig, wenn ihr mir das Ticket einfach schickt, ja, es gibt in meiner Umgebung tolle Kinos. Jetzt sagt die andere Person, ja, das muss, muss, muss ich damit sagen, los, muss, muss schon an. Ja, also was passt hier in die Lücke, das ist, das ist jetzt bestimmt die einfachste Frage von allen bisher. Ja, also, ja, die Frage, die Frage, die Frage, Ivano schreibt, wann benutzt man Akkusativ und Dativ in einem Satz? Ja, wenn du ein Wann hast und ein Wohin, dann hast du gleichzeitig, also mit dem Wann hast du einen Dativ im Satz, und mit dem Wohin hast du einen Akkusativ im Satz. Ja, also das, das wäre die Antwort auf deine Frage. So, also hier steht da, ja, das muss, muss, muss ich damit sagen. Los, muss, muss schon an. Was passt hier? Wir sind bei 13. Jetzt ist die Frage, Anitra tippt auf 13b, ich weiß, das ist nicht dein ganzer Vorname, es tut mir leid, ich kann nicht den ganzen Namen lesen. Benita tippt auf 12b, Daisy tippt auf 13b, dann Sa tippt auf 13c, Wana tippt auf 13c, Beto auf 13b, Muriel tippt auf 13b, Nata tippt auf 13b, Tiana auf 13c, Thomas tippt auf 13b, Angel auf 13c, Wana auf 13b, Nurkan tippt auf 12c, Dini oder Andi, ich denke Andi ist dein Vorname, tippt auf 13d, Oksana tippt auf 13c, dann ein Name in kyrillischen Buchstaben, den ich nicht lesen kann, du tippst auf 13c, Jumaila tippt auf 13c, Taron tippt auf 13b, Maki tippt auf 13b, Minela tippt auf 13c, Hasinia tippt auf 13c, und Tukana tippt auf b, Carmen tippt auf 13c, Luibov tippt auf 13b, Hanni tippt auf 13b, Melissa tippt auf 13b, Caro tippt auf 13b, dann Irina tippt auf 13b, Serena tippt auf 13b, Renata tippt auf 13c, Gabriela tippt auf 13b, Habib tippt auf 13c, Bodin tippt auf 13d, Panesita tippt auf 13c, Jana auf 13b, Hashem auf 13b, Ebenso wie Amber und Marianna, Nur denkt allerdings, dass 13c korrekt sei, Ivano tippt auf 13a, Katharina oder Catherine tippt auf 13b, Nur kann tippt auf 13c, Marussia mach gleich mit, Schön, dass du zusiehst, Dann Safi tippt auf 13b, Marussia tippt auf 13b, Super, gut, dass du gleich getippt hast, denn dann gibt es gar keine Ausrede mehr, Es, wie sagt man, Im Nachhinein dann zu sagen, Man hätte ja was anderes gewollt, Fladiklaff tippt auf 13b und 13c, Oksana tippt auf b und c, Saxide tippt auf 13b, Maha schreibt, Auch imperativ von Rufen habe ich vergessen, 13b und 13c, Mir gefällt, wie du denkst, Bri tippt 13c, Ivano tippt auf 13a oder 13b, Und die richtige Antwort ist natürlich, Wollte und Ruf. Die Person hat ja sehr schon gesagt, Es ist vorbei und deshalb wollte. Ja, das wollte ich damit sagen. Los, ruf schon an. Ja, so einfach funktioniert das. Ja, der Imperativ zu dem Wort Rufen ist Ruf. Ja, genau so ist das. So, jetzt, Jetzt findet das Telefonat statt, ja. Ja, hier sind drei Plätze frei. Ja, hier sind drei Plätze frei. 14b, hast, plus mir, plus gehen. 14c, habest, plus mich, plus geht. 14d, möchtest, plus mir, plus gehen. Ja, was passt in die Lücke? Bin schon sehr gespannt. Ja, Viola tippt auf 14b, Serena tippt auf 14b, Dini oder Andi auf 14b, Banacita tippt auf 14b, Renate tippt auf 14a, nein, b, Juana tippt auf 14b, Benita auf 14b, Irina auf b, Marie tippt auf 14b, Andrea tippt auf 14b, oder Maria, ich weiß nicht, was dein Vorname ist. Dann, Welle Welle schreibt etwas in einer Sprache, die ich nicht lesen kann, Damuna heißt du, okay, also Damuna schreibt 14b, dann Angel tippt auf 14b, Amand tippt auf 14b, Viola tippt auf 14c, Oxana auf b, und wir sagen zu den Leuten von FS1 eine schöne Woche.